Wir sind das Sanitätshaus Tappe in Salzburg. Wir sind ein Vollversorger, in diesem Fall Orthopädietechnik, Reha-Technik, Orthopädie-Schuh-Technik und Sanitätshäuser. Wir schauen immer, dass wir bei den orthopädischen Leistungen im Jahr Therapiekonzepte anbieten können und es wirklich zu Ende versorgen können. Wir haben ja jetzt heuer in diesem Jahr unser 100-Jahr-Jubiläum gehabt, haben in der Führbergstraße unser neues Technikzentrum eröffnet. Also wir schauen, dass wir den Patienten eventuell bei zum Beispiel Operationen vorher schon abholen können, ihm anbieten können mit Versorgungspfaden. Was braucht der Patient vor der Operation, was braucht er nach der Operation, was wird von den Kostenträgern bezahlt, was ist privat zu leisten. Das ist unser Steckenpferd. Für uns war es wichtig, dass wir uns wieder nach so langer Zeit oder nach so einer schweren Zeit wieder präsentieren können und einfach uns der Salzburger Bevölkerung zeigen können.